Musik Hey Leute, mein Name ist Pox und ich habe ab sofort das Vergnügen euch, den Gewinner oder den Verlierer von Tro und Cortis, wie du mir, so ich dir, Challenge zu verkünden und einen davon alle fünf Folgen, beziehungsweise alle fünf verlorenen Spiele zu bestrafen. So, gucken wir erstmal, was ist die letzten drei Wochen so passiert? Will ich wirklich in die Röhre rein? Nein, will ich nicht. Wisst ihr, und ich war noch lieb zu ihm, ne? Nein! Wie springe ich denn? Hm? Ja, war eine ganze Menge. Diese Woche gab es auch ein bisschen was. What the? Jawoll, er geht gleich richtig in die Vollen. Und dabei vergessen, dass der Herr jetzt auch mit Trollblöcken kommt. Was? What the fuuuuuck? Fuck. Gott, das Ding ist gegessen. Acht Sekunden. Never. Und ja, damit hat er es dann wieder geschafft. Damit steht es im Kampf um die goldene Zitrone. 2 zu 2. Kommen wir damit erstmal zur Bestrafung. Natürlich wird diese Woche noch keiner bestraft. Erst wenn einer von den beiden fünfmal verloren hat, gibt es die Bestrafung. Allerdings möchte ich euch die nicht vorenthalten und möchte es euch jetzt schon zeigen. Guckt mal hier. Okay, das ist vielleicht ein kleines bisschen zu hart. Vielleicht reicht es auch, wenn einer von den beiden eine Zitrone ist. Mit oder ohne Schale ist egal. Es muss aber eine ganze sein und es muss eine große sein. Am besten eine Bio-Zitrone. In diesem Sinne, mein Name ist Pox. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.